Alles um mich rum, es zerbricht, worauf ich mich verließ, hier zunicht. Doch diese Welle nehm ich mit, bis sie bricht, ob ich will oder nicht, ob ich will oder nicht, yeah. Doch das Leben, es verändert sich nicht, ohne Grund, ohne Zuversicht. Deshalb hör meinen Schrein, hör meinen Schrein, ich brauche dich, ich brauche dich. Deshalb sing ich Halleluja, Halleluja, ich will dich preisen, Halleluja. Halleluja, mein Retter, meine Hoffnung, du bist das Einzige, das zählt, du bist Gott und alle Zeit werde ich singen von Taten, die größer sind, als ein Mensch es begreifen kann. Halleluja, Halleluja, denn unser Gott ist groß, seht, was er tut, yeah. Halleluja, 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 du bist das Einzige, das zählt, du bist Gott und für alle Zeit meine Hoffnung. Halleluja, Halleluja, denn unser Gott ist groß, seht, was er tut, yeah. Halleluja, Halleluja, alle Zeit werde ich singen, du lässt mich singen, du lässt mich singen, singen, yeah, 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 ah. Gott ist groß und seine Wege übersteigen alles, was unser menschlicher Verstand sich je vorstellen kann. Und deshalb sing ich Halleluja, Halleluja, meine Hoffnung und Zuversicht. Wenn alles zu mich versagt und einbricht, bricht du als Einziger nicht. Jetzt kann ich mich singen. Ja, 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 alles klar. Stacked in der Mitte. Phase scheint rum zu sein. Jetzt kommt gleich wieder ekelhafte Schlag, aufpassen. Kann er mal bitte sein Grab machen, ich glaube, Bursten. Der kriegt noch meinen Schaden gerade, Göri. Ach, gut. Der hat nicht den 50%-Bab, also minus 50%-Bab. Ach ja, Augen auf. Vielleicht kommt die A-Phase. Jetzt, ja. Ja. Jetzt die A. Ja, easy. Ich brauche deine Berührung, wie den Wind, den ich spüre. Ross. Und ich kann es kaum beschreiben, doch ich seh mich so sehr. Nach der Tiefen erfüllen. Deines Geistes, oh Herr. Mann. Ja, da werde ich reingefroren. Ja, ich bin noch 50 Sekunden eingefroren. Aus. Oh, ich habe eine Kugel. Ja, ich komme weg. Es scheint aber ausgelaufen zu sein. Ja, ich bin noch 50 Sekunden eingefroren. Ja, ich muss Sticky sein. Agro, Hilfe. Hallo. Raus aus den Flächenweilen. Ich habe wieder ein Bällchen. Stacken in der Mitte. Image-Nummern sind gerade heftig in die Luft geflogen. Abgehört. Achst du wieder? Ich habe mich verklickt, sorry. Phase ist vorbei. Müssen wir in den Regen stehen? Ich bin in einem Eisblock. Kannst du den Dieb den Buff entfernen? Ah. Ja. Ah. Ach. müssen wir einstellen ja was ich jetzt alles gut kommst gleich raus du hast mich gesehen und doch befreit du hast dich ganz hinbegeben herr für dich vielleicht nicht wieder übernehmen raus, ja ich will deine Mutter sehen du hast mich gesehen und doch befreit du hast dich ganz hinbegeben herr für mich mit deinem sein ich will deine Saint die kreate in dich und ja gut Ich bin ein Stein und ich bin ein GP. Was geht jetzt auf? Lol. Oh, my bad. My bad an dieser Stelle von mir aus. Hatte ich die Mechanik halt nicht geweiht.